So, meine lieben Freunde aus nah und fern, wir präsentieren euch jetzt eine ganzer Gnormigkeit. Dankeschön. Mikrofon. Das passt also. Ich würde sagen, wir spannenden Leuten immer länger auf die Folter. Los geht's! Anträder. Und wer da? Andad! Und jetzt passen ihr zu einem kleinen Dunkel da hin. Ja dann... Du wirst jetzt praktizieren. Schenkelers. Ja? 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 Ja?